Dein Traum ist es, Erzieherin zu werden? In diesem Video findest du heraus, welche Aufgaben dich erwarten, wie viel du verdienst und ob die Ausbildung zu dir passt. Los geht's! Du bist auf der Suche nach einer passenden Ausbildung? Dann komm auf studyflix.de und finde Zehntausende offene Ausbildungsstellen. Erzieherinnen haben einen der verantwortungsvollsten Berufe überhaupt, denn sie kümmern sich um Babys und Kleinkinder und unterstützen sie in ihrer Entwicklung. Schauen wir uns die Top 3 Gründe an, warum du dir noch heute einen Ausbildungsplatz schnappen solltest. Erstens erwarten dich täglich neue Herausforderungen, an denen du wachsen kannst. Jedes Kind hat seine eigenen Bedürfnisse und Entwicklungsschritte, die du begleiten und fördern darfst. Zweitens lernst du dabei Familien mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Wurzeln kennen und gestaltest die Zukunft der Kinder direkt mit. Du hast also eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft. Und das Beste ist, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst dir immer wieder neue Aufgaben und Spiele für deine Gruppe überlegen und selbst mit den Kindern kreativ werden. Dich interessiert, wie viel du als Erzieherin verdienst? Unser Gehaltscheck zeigt dir, mit welchem Lohn du für die Arbeit mit den Kindern rechnen kannst. In vielen Einrichtungen erhältst du schon während deiner Ausbildung ein tariflich festgelegtes Gehalt. Das beträgt im ersten Lehrjahr durchschnittlich 1.140 Euro im Monat. Im zweiten Jahr erhöht sich dein monatlicher Verdienst auf 1.200 Euro und im dritten auf 1.300 Euro. Bei deinem Berufseinstieg verdienst du rund 3.160 Euro. Durch viele Jahre Berufserfahrung kannst du dein Gehalt auf bis zu 3.720 Euro brutto im Monat steigern. Neugierig geworden? Dann schauen wir uns jetzt an, welche Aufgaben dich in deinem Berufsalltag als Erzieherin erwarten. Du übernimmst die Verantwortung für die Kinder und unterstützt so deren Eltern bei der Erziehung. Dabei passt du nicht nur auf sie auf, sondern förderst spielerisch ihre Stärken. Bei der Versorgung und Pflege brauchen vor allem Kleinkinder deine Hilfe beim Essen, Windel wechseln oder Zähneputzen. Neben deinen Arbeiten mit den Kindern übernimmst du aber auch organisatorische Aufgaben. Du informierst die Eltern über die Entwicklung ihrer Kinder und planst Aktivitäten und Ausflüge. Wie du das alles schaffst, lernst du in deiner schulischen Ausbildung an einer Fachschule und während deiner Praktika in verschiedenen Einrichtungen wie Kindergärten und Kitas. Hast du den Abschluss in der Tasche, darfst du dich staatlich anerkannte Erzieherin nennen. Aber wie steht es eigentlich um deine Karrierechancen? Sehr gut! Denn als Erzieherin kannst du in pädagogischen Einrichtungen für Babys, Kinder oder Jugendliche arbeiten. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dein Wissen durch Fort- und Weiterbildungen zu vertiefen und die Karriereleiter hinaufzuklettern. Wirst du zur Fachwirtin für Erziehungswesen, übernimmst du Führungsaufgaben. Du planst Arbeitsabläufe und lernst neue Mitarbeiter ein. Als Fachlehrerin für Sonderschulen unterrichtest und betreust du Schüler mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung. Du förderst ihre Entwicklung durch Bewegungsspiele und Denkaufgaben. Möchtest du dich vor allem auf die Leitung einer Einrichtung im Bereich Finanzen und Marketing spezialisieren, kannst du das als Betriebswirtin für Sozialwesen machen. Du kannst dir vorstellen, Erzieherin zu werden? Dann mach jetzt den Test und finde heraus, ob du das Zeug dazu hast. Beantworte dir einfach die folgenden Fragen. Du kümmerst dich gerne um andere? Abwechslung im Berufsalltag ist genau deins? Quengelnde Kinder bringen dich nicht aus der Ruhe? Du hast ein Herz für Kinder? Konntest du drei der Fragen mit Ja beantworten, dann passt die Ausbildung zur Erzieherin super zu dir. Hast du außerdem mindestens einen Realschulabschluss in der Tasche, steht deiner Karriere nichts mehr im Weg. Du möchtest lieber älteren Menschen in ihrem Alltag helfen? Dann bleib dran und schau dir gleich unser Video zum Altenpfleger an. Dir hat das Video gefallen? Dann komm auf studyflex.de und finde den Beruf, der genau zu dir passt.